Der Fahrzeugbedarf Kotz ist mit einer der größten Nutzfahrzeugteile Händler in Österreich und ganz ein wesentlicher Faktor ist die Geschwindigkeit, das heißt der Servicegrad für unsere Kunden und da haben wir mit unserem System, mit unserem Konzept in Österreich sind wir gut aufgestellt und der wesentliche Faktor, der uns vielleicht noch gefehlt hat in den letzten Jahren, ist eben mit dem großen Zentrallager hier noch einmal einen weiteren Schritt gehen zu können. Wir waren vorher so strukturiert, dass die Kundenbelieferungen von den einzelnen neuen Niederlassungen stattgefunden haben. Das hatte zur Folge, dass kaum Aufträge komplett aus einem Lager bedient werden konnten und mit dem Konzept des Zentrallagers in Seewalchen sind wir den Schritt gegangen zu sagen, wir wollen möglichst einen großen Prozentsatz der wahren Lieferungen vom Zentrallager direkt zum Kunden ermöglichen und mit Jungheinrich, dem Konzept des LAKs, der Fachböden und mit dem Palettenregallager und der sehr wichtigen und notwendigen Software dazu haben wir einen sehr kompetenten Partner gefunden. Wir haben hier eine Lagerkapazität von in etwa 2.200 Stellplätzen im Palettenregallager, von 6.500 Stellplätzen und Lagerplätzen im Fachboden und der Rest auf 10.000, sprich in etwa 1.300 Lagerplätze in den beiden LAKs. Mit den beiden LAKs haben wir auf kleiner Fläche ein sehr hohes Lagervolumen, eine sehr große Produktvielfalt und schlussendlich ist die Verfügbarkeit der Waren, die Zugriffszeiten, die Performance eine sehr hohe mit diesem Konzept. Also generell muss man dazu sagen, wir sind natürlich Profis in unserem Bereich und Jungheinrich ist Profi in ihrem Bereich. Und von dem her hat es sehr viele Synergien gegeben und es ist auch ganz ein wesentlicher Punkt und Erfolgsfaktor für uns als Unternehmer in diesem Bereich.